so liebe leute willkommen zu einer neuen folge hier auf dem zweitkanal von anna und worlds heute mit einem video was ich schon sehr 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 lange geplant habe wo ich mir lange gedanken gemacht habe wie ich das am besten aufziehe und dann dachte ich mir am besten mache ich einfach ein real talk video draus ihr seht es schon am titel es geht in diesem fall um den tatsächlich schlimmsten video drehen den ich jemals hatte in meiner youtube karriere ich habe die episode schon mal aufgemacht damit ich euch schritt für schritt erklären kann worum es genau geht warum war er so schlimm und vor allem was ist danach noch passiert wo ich alleine auf ein ehemaliges militärfeld gegangen bin mitten in der nacht nur mit einer stirnkamera und einer taschenlampe das video wurde ja teilweise kritisiert weil es zu oft dunkel und zu oft einfach schwarz war aber anders ging es einfach nicht ohne dass man erwischt wird darauf ich musste halt größtenteils das licht auslassen und ja mit der rest helligkeit der nacht durch die durch das militärgelände wandern damit ich nicht aus meilenweiter entfernung schon gesehen werde vom wachschutz generell muss ich sagen der video drehe hat sich von anfang an war der super unangenehm ich war mir von anfang an nicht 100 prozent sicher ob dieses militärgelände nicht doch noch teilweise genutzt wird oder nicht weil es war super gut abgesperrt es war alles noch super gut in schuss es gab kein vandalismus ich habe noch nie etwas in der urbex szene über dieses militärfeld gehört oder gesehen deswegen war ich mir ein bisschen unsicher wenn ich da jetzt nachts rumlaufe ob nicht irgend night vision scharfschütze einfach auf mich schießt das war schon mal der erste unangenehme gedanke damit ihr jetzt noch mal kurzen überblick habt ich bin von rechts ungefähr da wo ich start geschrieben habe aufs gelände gekommen habe mir dort erst mal ein paar gebäude angeguckt und bin dann immer wieder auf diese start- und landebahn zurückgegangen weil ich da den besten überblick hatte ob irgendwo ein auto ankommt oder nicht bin dann zu den fliegerhallen weiter dort wurde es dann immer schlimmer weil ich auch schritte neben mir im wald gehört habe deswegen stand ich teilweise zehn minuten regungslos in der dunkelheit aber wodurch es zum schlimmsten video drehe wurde ist tatsächlich dann beim tower passiert den ersten fehler den ich gemacht habe der passierte mich genau jetzt hier in dieser szene ich habe nämlich die quietschende tür hinter mir zufallen lassen und ab dem moment dachte ich okay wenn jetzt hier irgendein nachtschutz wachschutz in der nähe patrouilliert dann haben die mich spätestens jetzt gehört da ging es hier weiter es ist noch strom im flugzeug tower an und jetzt dachte ich okay ich bin hier in eine richtige bin hier in richtige scheiße geraten wenn hier noch strom an ist das gelände super abgesperrt alles in neuen schuss das wird definitiv überwacht und die haben entweder mein licht gesehen oder die tür knallen gehört ab dem moment dachte ich also das adrenalin ist in einem hochgeschossen das hat sich das wirklich das hat sich sehr 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 schlimm angefühlt der schlimmste moment kam dann aber ungefähr zwei drei minuten danach ich bin dann in die erste etage raus aus dem tower und dann musste man von außen so eine stahl treppe hoch am gelände am gebäude außen dran um nach ganz oben zu kommen und leute es ist kein witz ich habe es auch in dem video etwas die die tonspur lauter gezogen damit ihr das hört ich gehe diese treppe hoch und sehe in meinem linken auge einen schwarzen schatten auf dem weg neben mir ungefähr fünf sechs meter lang rennen und höre dabei schritte menschliche schritte als wenn dort jemand mit stiefeln lang rennt somit somit weil sie nicht mit bundeswehr stiefeln oder mit feuerwehr stiefeln mit stallkappen vorne drin ich bin fast abgestürzt ich hoffe ihr habt es gehört es ist so ding 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 und währenddessen habe ich ein schwarzes schemen links in meinem auge im ja quasi im äußersten bereich meiner meiner sicht etwas links an mir vorbeihuschen sehen ich habe so im dunkeln geortet als wenn es der weg auf dem boden fünf meter neben mir ist und ich habe quasi den oberen teil eines menschen einer menschlichen silhuette lang rennen sehen und habe dabei die schritte die ja die schnellen schritte gehört und ich dachte in diesem moment okay ich bin dann dort im dunkeln stehen geblieben und ich habe nur darauf gewartet dass in den nächsten fünf sechs sieben sekunden eine laute stimme zu mir sagt kann ich mal fragen was sie da machen kommen sie mal runter da ähm polizei ist unterwegs halt diese typischen wachschutz sprüche ich habe fest damit gerechnet dass ich in diesem moment gebastelt wurde ich stand da ungefähr würde ich schätzen bestimmte minute im dunkeln aber es kam nichts es kam einfach nichts dann habe ich das licht wieder angemacht und habe gesehen da wo ich die silhuette geortet habe ist noch dach da ist neben mir neben dem flugzeugtower noch ein dach da konnte gar kein mensch lang rennen und später im video habe ich dann gesehen okay das waren vermutlich mader oder kleine wiesel die die ganze zeit auf dem dach hin und her gerannt sind ich kann mir nicht erklären wie dieses geräusch zustande kommt dass das dass das wie schritte mit stiefeln klingt aber das muss anscheinend das müssen die tatzen des wiesels auf dem auf dem dach gewesen sein und die silhuette von dem wiesel weil ich gedacht habe dass das dach quasi der boden ist deswegen sah es halt sehr groß aus deswegen dachte ich okay das ist eine zwei meter hohe silhuette tatsächlich war es aber nur ein zwei meter hohes dach wo ein kleines wiesel rüber gerannt ist was außer wie ein kopf mit schultern ja so habe ich also das war für mich in diesem moment bin ich tausend tode gestorben es hat sich zum glück halt nur herausgestellt dass es ein wiesel war was über ein dach gerannt aber trotzdem war man natürlich in diesem moment unglaublich sensibilisiert und mega empfindlich was was alles um einen herum angeht weil man dachte man dachte halt eben noch dass man wirklich gebastelt wurde und dann wurde man es halt doch nicht deswegen war man komplett abgefuckt innerlich danach bin ich dann zu dem flugzeugtower daneben gegangen der noch ein ganzes stück höher und größer ist und wo ich oben schon auch ein kleines licht gesehen habe mitten in der nacht da war definitiv auch noch strom drauf und jetzt kommt der teil den bisher noch kein zuschauer gesehen hat was bisher noch kein zuschauer weiß denn ich bin jetzt auf diesem flugzeugtower nicht hochgeklettert aber ich bin kurze zeit später also ungefähr ein zwei wochen später noch mal hingefahren und bin diesen flugzeugtower hochgeklettert und das in kombination mit diesem video drehen und dieser erfahrung mit diesem schemen war das mit abstand der schlimmste video drehen meines lebens ich zeige euch das jetzt noch mal kurz von unten hier fängt nämlich die feuerleiter an auf diesen flugzeugtower kann man nur von außen hoch aber fing hier außen eine feuerleiter an das würde ich es ist schwer zu schätzen aber wenn ich spontan schätzen würde müsste ich würde ich sagen vom boden bis zu diesen komischen gittern die ihr da seht da wo die feuerleiter endet da sind nämlich so mega abgefuckte gitter mit mit so großen löchern so wie so eine lochgitterplatte oder so ich weiß nicht wieder exakte begriff davon ist auf jeden fall kann man wenn man da steht bis auf dem boden durchgucken super unangenehm und bis dorthin hätte ich jetzt spontan geschätzt würde sind es wahrscheinlich so 10 bis 15 meter ich habe leider keine drohnen aufnahme von der anderen seite gefunden aber hier seht ihr das ganze jetzt noch mal aus der luft hier ist quasi ich hoffe man sieht meine mein mauszeiger hier ist die plattform wo die erste feuerleiter von außen endet wo dieses loch gitter ist und von dort geht eine zweite feuerleiter hoch auf quasi die zweite ebene wo dann auch diese diese schrägen wände nach außen sind und hier läuft man so auf ja wieso wieso oft her oder so diese plattform ist noch von außen an dem turm dran und diese ist er schon quasi auf dem fundament drauf das heißt wenn man hier einstürzt ist man nur im gebäude wenn man hier abstürzt fällt man 15 meter wahrscheinlich in den tod so so viel dazu und jetzt zeige ich euch ein video was ich in dieser nacht aufgenommen habe als ich dort hochgeklettert bin aber nie eine episode draus machen konnte es ist eine unveröffentlichte aufnahme ein material was noch nie jemand gesehen hat außer ich muss dazu sagen viele wissen es von euch zuschauern ich habe extreme höhenangst wirklich super super starke höhenangst und schwindel und es ist eigentlich undenkbar dass ich dort hochkletter ungefähr ab zwei bis drei metern setzt meine höhenangst ein ich würde schätzen dass die erste ebene ungefähr 15 meter hoch war und dann ging es nochmal drei vier meter mit der zweiten leiter hoch also am ende würde ich sagen gerundet war ich würde würde ich sagen war die zweite ebene ungefähr auf 20 metern höhe an einem alten flugzeugtower ein lost place wo niemand weiß wie der zustand von dem ist wandert irgendwann mal noch etwas gewartet wurde und so weiter es ist also wirklich ein glücksspiel gewesen ich bin dann dort noch mal nachts hin wie gesagt und bin dann als erstes diese leiter hier hochgeklettert und ich kann euch sagen das war schon ich musste ab der ungefähr ab zwei bis drei metern höhe musste ich pro sprosse über meinen schatten springen pro sprosse also würde ich schätzen so ungefähr ja vielleicht ab hier so ich musste so ungefähr 15 bis 20 mal über meinen schatten springen jede jede sprosse die ich höher gegangen bin musste ich wollte ich eigentlich wieder umdrehen bin aber trotzdem weiter hoch gegangen mitten in der nacht im dunkeln ohne licht nur im scheinen des mondes ich habe nichts gesehen dazu kam noch dass die leiter ganz ganz leicht wackelig war also die hatte schon gute qualität war ein super zustand kein rost und so weiter aber sie hatte sie war oben glaube ich an zwei schrauben fest gebohrt und die eine schraube wird ich schätzen hatte so ungefähr zwei drei millimeter spielraum das heißt wenn man gibt wenn man gezogen hat war die seite fest und auf der seite war so das war auch also das hat natürlich sehr viel unangenehmer gemacht ich habe mich verkrampft ich habe ganz stark geatmet beim hochklettern und wer es kennt aus breaking bad hat ja ab der zweiten dritten staffel hengt regelmäßig diese panikattacken wo er plötzlich am steuer oder im fahrstuhl plötzlich atemnot bekommt sein puls auf 180 steigt er sich fest klammern muss und fast um kippt und ich habe mich ungefähr beim hochklettern wie hengt gefühlt ich habe mich fest geklammert an den sprossen mit meiner ganzen kraft ich habe meinen körper verkrampft und ich habe ganz ganz stark geatmet irgendwann bin ich dann oben angekommen auf dieser plattform hier von der sprosse dann auf diese plattform rüber zu klettern hat bestimmt noch mal zwei drei minuten gekostet also zwei drei minuten überwindung gekostet bis ich das mich endlich getraut habe dann habe ich dort hier ungefähr gekniet und bin dann mit ganz ganz wackeligen beinen aufgestanden das problem ist ich habe dann ich habe dort komplett verkrampft oben ich habe mich am geländer festgehalten und am fensterbrett und ich habe mich nicht getraut mich zu bewegen ich stand dort bestimmt eine minute und habe keinen schritt für mich bewegt dann habe ich ungefähr also da habe ich mich getraut den ersten schritt zu machen und würde schätzen dass ich ungefähr alle 20 sekunden einen schritt nach vorne gemacht habe hier war dann ungefähr eine tür an dieser tür habe ich kurz gerüttelt und plötzlich ist oben am ende der tür war wie so wie so eine ja wie so eine reling und dort hat anscheinend ein vogel gesessen ich habe an der tür gerüttelt und der vogel ist plötzlich losgeflogen ich habe fast einen herzinfarkt bekommen allerdings war die tür zu und das problem war die tür war zu aber ich wollte dann unbedingt in dieses gebäude rein also was habe ich gemacht ich bin dann ungefähr würde ich schätzen einen meter weiter gelaufen zu der zweiten feuerleiter die auf dieser plattform quasi anfängt und hoch geht zu diesem zu dieser zu dieser zweiten ebene wo der boden aus terve steht er hat die maus woanders hier quasi von hier die hier sieht man es ganz leicht hier ging dann eine zweite feuerleiter hoch deswegen dachte ich okay ich bin jetzt sowieso schon ungefähr 100 tode gestorben dann bin ich zu dieser leiter ja gestolpert mehr oder weniger also im enden marsch im enden schritt hingegangen und bin dann diese leiter hochgeklettert und ich dachte noch schlimmer kann es nicht werden aber es wurde noch schlimmer weil wenn ihr diese leiter hochklettert habt ihr so eine wie so eine fliehkraft wenn ihr dort an dieser leiter hängt zieht ihr extrem mit eurem gewicht die leiter quasi von dem gebäude weg von dem von der wand weg wo die leiter fest gebohrt ist das spürt ihr wenn ihr dort hängt zieht ihr quasi leiter nicht nach unten sondern weil ihr wenn ihr quasi leiter ist seid ja ihr hier und die kraft die zentrifugalkraft geht nicht nach unten sondern eher nach nach hinten unten das heißt ich habe ich da gestanden und dadurch dass ich mich gehalten habe kraft angewendet die leiter zu mir zu ziehen und dadurch hatte man das gefühl wenn die leiter sich jetzt löst fällst du nicht runter auf das auf die auf die erste plattform sondern kippst mit der leiter über die plattform rüber und fällst 20 meter freien fall in den tod deswegen war es quasi diese leiter hoch zu klettern noch viel unangenehmer als die erste leiter die ja viel höher ist ich habe es dann einfach blind gemacht ich dachte scheiß drauf einfach durch ziehen bin dann diese leiter auch noch hoch geklettert und war dann auf dieser plattform hier hier konnte man dann in den tower reingucken weil hier riesige gläser sind und dort war auch licht an dort waren ganz ganz viele kleine ja wie sowieso licht knöpfe in den in den konsolen die dort standen die geleuchtet haben es war auch ich kann mich habe ich nicht mehr gut erinnern aber ich glaube es war auch einfach eine ganz ganz kleine schwache lichtquelle an die an der decke war vielleicht so mit 0,2 watt oder so so und dann stand ich dort oben und dort habe ich mich das erste mal wieder sicher gefühlt denn hier hatte man wieder gefühlt festen boden unter den füßen nicht mehr dieses dieses komische loch gitter wo man bis auf den boden durchgucken kann vor allem leute es war mitten in der nacht ich stand hier und unter mir war einfach schwarz ich habe ganz 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 schämhaft im mondschein den boden gesehen aber das war im dunkeln ich konnte ja im dunkeln auch gar nicht sehen ob hier irgendwie eine schraube locker ist ob hier irgendwo ein loch ist ob da rost ist im dunkel hat man nichts erkannt es war einfach nur super lebensgefährlich und riskant hier oben hat man sich dann wieder besser gefühlt dort habe ich mich dann auch erst mal hingesetzt und meine kamera rausgeholt und habe ganz kurz versucht ein video zu drehen und dieses video möchte ich euch jetzt mal zeigen es ist eine premiere es war nämlich mit meiner nachtsicht kamera weil ich ja so wenig licht wie möglich anmachen wollte ich habe auch eine aufnahme mit meiner osmo pocket gemacht die ich allerdings nicht mehr wiederfinden kann es ist extrem ärgerlich ich weiß nicht wo diese aufnahme hin ist aber irgendwo wird sie wohl rumliegen aber ich habe eine aufnahme mit der osmo pocket leider verloren die wäre auch noch ganz spannend gewesen weil ich dort versucht habe einen satz zu sagen und ich war dort oben so aufgeregt und so voller adrenalin dass ich nicht einen satz gerade rausbringen konnte ich hatte ein zittern in der stimme dass ich ungefähr nach drei versuchen diesen satz zu sagen gemeint habe sorry ich kann jetzt nicht reden und habe das video wieder beendet danach habe ich diese night vision kamera rausgeholt und dann ist dieses video hier entstanden auch ich Ok Leute, ich hoffe man hört mich. Ich bin jetzt hier gerade. So, da war die Feuerleiter. Ich habe dort gehockt. Ich konnte nicht weiter aufnehmen. Es ging nicht. Hier erkennt man es allerdings ganz gut. Hier unten ist dieses Lochgitter und hier geht dann diese zweite Feuerleiter hoch. Und ja, wie gesagt, wenn man hier zieht, wäre man wahrscheinlich hinten rüber über das Gelände abgestürzt und in den Tod. Einfach freien Fall bis auf den Boden. Wenn die Leiter abgerissen wäre. Man hatte zum Glück hinter sich diese Metallstreben, die einem doch enorm viel Sicherheit gegeben haben. So, also das Video, was ihr gerade gesehen habt, ist halt logischerweise genau hier. Logischerweise genau hier entstanden. Ich bin leider in diesen Flugzeug Tower nicht rein gekommen. Hier oben war noch eine Tür. Die konnte man auch nicht öffnen. Ich habe mich nicht getraut, hier außen auf diesem, auf dieser Ebene rumzulaufen und noch zu gucken, ob hier irgendein Fenster aufgeht oder so. Wäre es sowieso nicht. Ich bin wahrscheinlich einer der ersten Urbexer gewesen, die überhaupt da drauf waren und diesen Tower hochgeklettert sind, weil das halt alles noch, da ist noch Strom. Da sind auch teilweise noch Firmen auf dem Gelände. Das ist halt alles noch mega aktiv gewesen. Deswegen glaube ich, dass da viele sich gar nicht raufgetraut haben. Nachdem ich das, nachdem ich halt nicht reingekommen bin, bin ich die Leitern wieder runtergeklettert und vom Gelände runter. Ich muss sagen, runterklettern war sehr viel angenehmer als hochklettern, weil man ja jetzt die Gewissheit hatte, dass es hält. Beim hochklettern wusste ich ja nicht, ob irgendwas abreißt, irgendwas durchbricht, weil ich ja zum ersten Mal hochkletter. Aber beim runterklettern wusste ich, okay, wenn es beim hochklettern hält, dann hält es auch safe beim runterklettern. Deswegen, das ging dann alles wieder. Ich bin dann runter und vom Gelände dann, ja, wieder runtergegangen. Ja Leute, und alles in allem, der erste Videodreh mit dem schwarzen Schemen, was plötzlich an mir vorbei rennt und den Geräuschen und generell dieser super unangenehmen Atmosphäre auf diesem Militärgelände plus der zweite Videodreh, wo ich auf diesen Tower hochgeklettert bin und über sämtliche Schatten gesprungen bin, über die ich hätte springen können, sind zusammen in Kombination der schlimmste Videodreh, den ich jemals in meinem Leben hatte. Es ist, ich kann es gar nicht mehr wirklich in Worte fassen, wie unangenehm das sich alles angefühlt hat. Nichtsdestotrotz würde ich immer noch sehr, sehr gerne mal in diesen Flugzeug Tower rein. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mal anfrage, ob man den nicht sich tatsächlich eventuell sogar kaufen kann. Das wäre glaube ich eine richtig geile Location, wenn man sich diesen Flugzeugtower wieder herrichten würde. Ich kann mir überhaupt nicht herleiten, wie teuer so ein Flugzeugtower wäre. Keine Ahnung. Er wird halt nicht mehr genutzt. Er ist entkernt, größtenteils. Ohne die umliegenden Gebäude würde ich spontan vielleicht mal in den Raum werfen. Für 20, 30.000 Euro könnte man den sich vielleicht kaufen. Dann ist immer noch die Frage, was man daraus macht. Wäre natürlich mega heftig, wenn man daraus seinen Erstwohnsitz machen könnte und in so einem Flugzeugtower wohnt. Wäre schon, also das wäre schon richtig, richtig krass. Aber naja, trotzdem. Ich würde da gerne mal rein. Mal gucken, ob es irgendwann mal vielleicht bei einem anderen Tower klappt. Aber es sollte schon so einer sein, der so groß, so hoch und auch noch so eingerichtet ist und auch noch Strom hat, weil das ist, das war schon alles sehr, sehr krass da auf jeden Fall auf diesem Gelände. Vielleicht werde ich dort irgendwann noch mal hingehen. Dann allerdings mit definitiv mit einem Night Vision Gerät und Night Vision Aufnahmen, dass ich überhaupt kein Licht mehr brauche. Aber das steht noch in den Sternen. So Leute, jetzt habt ihr auf jeden Fall von mir erfahren, was für mich persönlich der bisher schlimmste Videodreh war. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.